In letzten Folgen Sohn des Sparda Was für ein Sohn? Mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Wörter Sparda? Das Mutter Ich hatte auch einen Bruder Das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen Gut gemacht Der Succubus ist tot Das hat Mundos Aufmerksamkeit Mein Auge Sie quälen mich ständig Ohne mein Auge kann ich nicht Objektive Eine Macht, mit der du deinen eigenen Pfad wählen kannst Das, mein Sohn, ist Freiheit Er hat eine Schwachstelle? Ja Sein Weib Lilith Seine Schwäche ist sein Lilith Sein Weib wird sein Kind gebären Seinen Erben Du willst Mundos verletzen Der Schlimmste von allem ist Dante Die ganze Welt würde von seinem Ende profitieren Du bist gefeuert Und herzlich und herzlich willkommen wieder bei neuer Folge der Minecraft Sie sind noch nicht durch ich muss sie als erster erreichen Ja, Schoen Ja, komm, Schoen Ja, komm, Schoen Ach, Scheiße, muss ich denn noch nicht schärfen Ja, ja Oh, mach Was ist das? Ich weiß nicht, was du da bist. Spannend, Spannend. Halt, Spannend, Spannend. Scheiße. Spannend, Spannend. Und der bist du, Schweinehund. Schau. Rass, Pannend. Gut. Rass, Pannend. Oh, schau. Schau. Soh! Alter, habt ihr ja backt oder? Fuck! Alter! Fuck dich, du krass! Ich bin tot! Fuck you, verdammte Scheiße! Boah! Und wer bist du, Schweinehund? Ich bin tot! 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 Oh, fuck yeah! Ich bin tot! Verdammt! Sie brechen auch vom Limbus aus durch! Ich bin tot. Zeine Ahah! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Die Zeit noch ist. Ich hab ihm denn dort verloren. Wo seid ihr, Leute? Oh! Können wir was kaufen schnell? Dann haben wir sehr viel. Das ist schade, aber wir sagen nicht gleich mal. Was? Ach so. Was haben wir noch da? Ah! Das und... Aha. Haben wir noch eins? Können wir hin? Ah scheiße. So. Und das war's für die Waffe. Ah, haben wir noch. Der Kreuz. Den Mann noch Kreuz. Schauen wir mal. Reicht er? Nein, reicht er uns? Nicht! Na ja. Ja! Oh ja. Hey! Hörst du? Verdammt! Cash! Wo seid ihr? Ah. Boah. Haben wir? Die beiden Gegnern. Das Graffiti. Es hält sie fern. Gute Arbeit, Cat. Gute Arbeit, Cat. mail2. Okay, da muss ich so... Hey, hier drüben sei ein Freak. Das wäre nicht schlecht, aber nicht genau. Wir sind ein Freak, Schmerz! Wir sind ein Freak, Schmerz! Wir sind ein Freak, Schmerz! Fuck! Ja! Ah, ja. Ja! Ah, der FK-Dash! Ja, ja, so ein Freak, Schmerz! Ja, ja, so ein Freak, Schmerz! Du bist so schlecht! Boah, leck mich aber! Ah! Scheiße! Oh, yeah! Alles? Ach, Scheiße! Wir können klinBu- und abstelliere. Bot, Bist du da? Versteck dich! Hörst du? Ich muss sie als erster erreichen. Nochmal! Dig nicht so Kat! Halt sie raus! Was? Was? Was ist das? Was? 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 Oh nein, nicht jetzt! 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 Verdammt! Cat, bist du da? Also der ist... Flieh! Das Gebäude wird nicht töten! Eier da! Verdammt! Kann mich irgendjemand hören? Oh yeah! Scheiße, der Ort wimmelt ja! Ich hoffe, Cat geht es gut. Okay... Okay... Bisschen? Aber... nicht... Ja, ja, ja. So. Hör ich englische Seele. Wo war ich hier? Nicht viel, muss ich sagen. Ah, ich kann mir das kaufen kurz. Boah, ich leg mir am Arsch 5000. Jetzt kostet der. Oh! Geh mal an. Dämonen. Will ich nicht die Dämonen? Hey, nach wem sucht ihr Arschgesichter? WTF? Also. WTF? 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 Was war das? Weswegen grinst du so? Dann los schlappe! Aha, das war schnell. Ich hatte gleich lebera. Was zur Hölle war das? Ach, du Schande. Wie soll ich da her? Ah, den Kampf sollte ich da um. Leck den Arsch. Ah, scheiße. Na geil. Wie kommt das nicht so? Oh, sitz. Cat! Cat! Warte! Ich bin hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo ist Virgil? Keine Ahnung, er ist vermutlich im Serverraum. Dem Octagon, aber er könnte im Limbus gefangen sein. Kommen wir zu ihm. Keine Ahnung, ich sitze hier fest. Kann ich vom Limbus aus helfen, dich zu befreien? Denk nach! Ja, das könnte einen Weg geben. Ich werde dich führen. Okay. So, kacke. Es! Es! Oh! Wahrscheinlich kommt hier Doppel-S. Oh, scheiße. Da habe ich keine Tür gewonnen. Amo. Egal. Egal. Ja. Ich bin einmal schon 10% von dieser Werbung. Jetzt will ich mal mal. Aber er ist trotzdem. Gut. So, Leute. Das war's für diese Folge. Und bis nächstes Mal. Tschüssi.